hallo ihr lieben herzlich willkommen zu meinem neuen video hier gibt es ein wieder einmal ein rezept und zwar yum yum ihr benötigt zwei päckchen yum yum dann benötigt dann benötigt ihr zwei eier dann etwas heißes wasser habe ich jetzt wasserkocher gemacht und ja ich habe das jetzt ein bisschen halbiert ja jetzt mal stecken zu und die nudeln müssen zu leben hier sind die zwei eier und ich habe die prise salz gemacht und das alles schon jetzt richtig das alles schön rum ihr lieben so sieht das aus ich habe zweierlei wurst reingemacht und etwas tomaten und jetzt mache ich pizzakäse drauf und dann wie schön das aussieht käse ist drauf und jetzt deckel zu ihr lieben das ist meine yum yum pizza wir probieren und ja es wird auf jeden fall lecker schmecken euch viel spaß beim nachmachen original video vom tik tok ist auf russische sprache dennoch sehr interessant anzuschauen ob ich das zu 100 prozent genauso gemacht habe nicht aber das kann man ja auf jede art verschieden auf jeden geschmack verschieden machen dennoch finde ich das total coole idee auf die schnelle entweder ein leckerer frühstück mal am wochenende oder so also viel spaß beim nachmachen und guten appetit